ARD Text im Auftrag von Funk Hast du mal eine Freundin gehabt oder einen Freund? Ja, beides. Aber nicht so gut? Doch. Nicht dasselbe? Wie lange hast du daran gearbeitet? Ging endlich. Also ich musste mal die Nasen hin machen. Die war ein bisschen hässlich. Und der Mund, die Ohren, das ist eigentlich alles. Das ist so deine Masche, oder? Mich erst in so einen dunklen Wald locken. Dann Komplimente machen. Du wolltest doch irgendwo hin, wo man in Ruhe reden kann, oder? Wir müssen hier lang. Da ist mehr passiert, oder? Was hast du dir erzählt hab? Und jetzt einmal hier links, bitte. Digga, du weinst doch fast. Du bist ja grad stressig. Ich weiß nicht, was mit dem Sohn von irgendeiner Mutter ist. Aber mir ist nichts passiert, okay? Gabo, hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Herr Luchner mehr von dir wollte? Okay. Nicht, dass ich wüsste. Hast du ihm je irgendwelche Angebote gemacht? Bilder geschickt? Bilder? Intime Bilder, zum Beispiel. Was wird das? Soll ich sie wieder wegnehmen? Aber dann sag's mir doch bitte! Gabo, sag's mir doch! Gabo, sag's mir doch! Gab es denn einen bestimmten Grund, warum Sie Herrn Luchner weiterhin getroffen haben? Wow! Erzähl mir mehr über den Jungen. Welcher Junge? Der, in den du verliebt bist. Ich bin nicht verliebt. Es ist wirklich wichtig, dass du mir jetzt die Wahrheit sagst. Ich bin nicht verliebt. In den colden, mit протid arabertes Studio gibt es ein ziemliches Teil. Die Power Cine! Nachdem schon mal Zenit Studio ist ein sehr